Ich bin Carsten von FabLab Projekt Bremen und bin freundlicherweise eingeladen worden von euch und habe hier ganz nette Leute kennengelernt. Es ist zum einen zur Vernetzung sehr wertvoll gewesen, dieses Treffen, aber auch ganz viel kreativer Input. Ich habe keine Session selbst gehalten, ich habe einfach am Wettbewerb teilgenommen, den ich leider nicht gewonnen habe, aber der zugunsten anderer ausgegangen ist absolut zählt. Ich habe ein Projekt vorgestellt, das hieß Blick Beat. Da würde zum Einsatz kommen ein Eye-Tracker. Das ist ein Gerät, was in der Lage ist, die Bewegung des Auges einzulesen. Und aufgreifen möchte ich dabei Jugendkultur, also Graffiti-Kultur, Skater-Kultur, die das dann eben für sich umsetzen können. Ja, absolut. Ich mache das gerne wieder. Also es ist gerade wegen den Vernetzungsgedanken ganz wichtig und sehr gelungene Veranstaltung. Und wo ich transact C-Technoin そして zwei jetzt müssen wir letzten Wochen, und ist einfach Dlebt, oder auchlt semana werden.